So willkommen zurück sind immer noch mitten im fight Checkport Da ist noch einer Biatch Den Alarm So Zehn Schlüssel Jetzt müssen wir da rein Komm bestimmt gleich welche rausgekackelt Ja Ich komm da rein wenn ich will Komm Komm B**** Oops Loser, ich komme! Komm, Schuss! Kommt doch bestimmt noch einer. Das waren nur noch lange nicht alle. Das sage ich ja. Wo ist er denn? Komm, Mann, Mann! Ich komme, Lisa! Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Bitte. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad. Ich will in Hause. Es ist sehr schön. Ist was noch was? Dad? Nein. Wir nehmen uns hier. Du kannst doch halt wieder los. Nein. Ich hör was. Die Brot-Jungs haben gerade den Funk auf dem Himmel. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du musst echt abhauen, hier mal. Die verdammten Idiotenschmerzen haben wir. Nein! Nicht! So fluch! Okay. Wir sind. In Gesellschaft zu einer echten Dame. Wichtig! Wie groß? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielung gegen dich aufgenommen. Ich war glücklich. Ich war hier. Beschwerde. Ich möchte mich in Häusch von meinem Freund entschuldigen. Der Helventyp ist ein riesen Arschloch. Wir gewinnen den Oscar. Okay? Den werden wir so den Schwanz rasieren. Weiter. Was? Wo bist du? Wir bringen... Nein! Dann bringt mich zu ihm. Boah! Dreckzäcke! Hm. Ist da nicht noch Oliver? Er hat dich tätowiert. Hm? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Citra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Citra? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das... Das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt... ...eine Kugel durch... ...hier'n Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Du schmeckst dich. Du bist sauer, Jason. Du... ...wirst sauer. Okay. Versteh' ich. Versteh' ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir dann? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich hab sogar getötet für meine Schwester. Pfff. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir... Was? Was? Wer verfickt doch mal? Ist ihr wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob... ...echt, als ob... ...die denken... ...dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch... ...so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Shhhhhh... Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason... Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar. Dass du bereit bist für deine Liebste zu sterben. Nein! 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 Oh shit! Nein! Nein! Andere Richtung! Fall hoch! Nicht runter! Dieser Motherfucker! Drei Minuten! Da lang! Okay... Ich muss auf die Rohre schießen! Los! Mach! Da hoch! Der hatte nur ein bisschen Benzin ausgeschnitten. Wieso brennt alles? Ein Medi-Kit! Danke! Lauf, 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 lauf! Na! Komm, 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 komm! Vorsicht! Nein! Nicht da lang! Auf keinen Fall da lang! Nein! Alter ist das laut! Oh Gott! Ich halte die Hitze nicht länger aus! Mach, 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 mach! Klettern! Klettern! Hilfe! Jason! Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ganz ruhig! Ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Wir haben Oliver! Wir haben Oliver! Wir können jetzt nichts für ihn tun! Na los, mir nach! Ich hab ne Idee! Okay! Oh! Oh nein! Das kann ich nicht! Das ist der einzige Weg runter! Komm schon! Oh! Oh mein Gott! Au! Nein! Au! Das gibt Knochenbrüche! Ich glaub schon! Da drüben! Der Wagen! Dann! Nein! Lauf! 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 Er springt nicht an! Lauf! 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 Los jetzt! Vergewaltigung der Leertaste! Hast du die Explosion gesehen? Welche Explosion? Oh, geil. Ciao. Verkehrsbereugung. Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon. Wir schießen auf uns. Was machst du denn? Schießt auf die Chains. Ja, das tue ich. Nicht so ruckartig. Du bist keine Hilfe. Fahr geradeaus. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn sie auf mich schießen. Gott, ist das schlecht. Hände auf 10 vor 2. 10 vor 2. Dann fahr du doch. Haben wir es geschafft? Verdammt. Du bist doch eben gefahren. Jason, vor uns. Nicht nachladen. Also. Überfahr sie. Au. 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 Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Die sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich hab Daisy gefunden. Ich werd auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Boah, so schlecht hab ich ja noch nie geschossen. Ist ja grauenvoll. Ah, nein. Ah. Sie ist in deiner Höhle unter dem Haus. Hm. Hm. Ich find diesen Text übrigens extremst geil. Was? War das jetzt ernsthaft? Womit? Ich hab hier mein Tablet. Wer ist schuld? Ernsthaft? Wer will jetzt schon? Ich halte mich da raus. Was? Hatten wir nicht von dem schon ne Vlog? Oder nur ne Log? Ich weiß es nicht. Wenn es um was geht, kann man für nichts garantieren. Beobachtung, Beobachtung zeigen, dass er gewalttätig und unberechenbar ist. Echt? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gerüchten zufolge gibt es eine alte Verbindung zu den Rakyat. Doch jetzt arbeitet er für heut. Für heut. In Sklaven und Drogenhändlern. Er ist nicht gerade der Weihnachtsmann. Das sieht aber so aus. Hat sich seine Drogensucht erwähnt? Und deine Freunde hat er auch. Ich mag den Typ. Ich mag den. So, Lisa, kommst du? Beweg dich. Sieht schon schnieker aus, muss man sagen. Gras. Daisy, es tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich hab dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexpert. Aber ich brauch etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder, der fehlt. Okay, jetzt seh mich mal um. Schön, bunt. Komm, sieh dir an. Oh, lässt mir Action. Ähm, da. Das Gebiet ist ja schon markiert. Hier unten. Da glänzt was. Ah, hab schon gefunden. Ah, hab ich schon. Gefunden. Was glitzert denn da so? Gefunden. Krieg ich jetzt einen Keks? Hey, du hast ihn. Ja. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Toll. Erklär doch mal, warum du das nicht machst. Ich bereite dir die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Lasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Ja, wäre empfehlenswert. Man, die tut mir voll leid. Jede Nacht räum ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hittst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Das bin ich. So, wir verlassen die Höhle. Und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und gucken dann mal, was der Morgen für uns bereithält. Und gucken dann mal, was der Morgen für uns bereithält. Tschüss. Und stirred sich damit süß. Vielen Dank.